in der kamera kommt das nicht so auch nicht so rüber was bist du ich bin aber auch nur noch nicht mal 1,70 groß na siehst du ja gut naja die zwei meter habe ich locker ich bin halt ein zierliches wesen ich ja was du bist zwei meter groß ich bin über zwei meter jetzt ernsthaft ja ja zwei meter eins krass also sieht in der cam überhaupt nicht so aus wenn du manchmal aufstehst ich bin ein ganz schöner bulle du bist über zwei meter groß das haben wir einfach durchschnittlich zwei meter sein aber trotzdem das hätte ich jetzt nicht gedacht hätte ich jetzt auch so auf 1,70 oder 1,80 geschätzt so nur vom fehlender in der cam manchmal wenn du aufstehst du musst immer daran denken dass ich ich habe so einen bürostuhl wie jeder andere auch und den sieht man nicht ja gut hier ist kannst du gleich gegengriffs rein machen und hier ist ja nun musst du mal so denken wenn da so ein girlie in ihrem stuhl sitzt siehst du die lehne hinter ihnen hast du schlöpfer dabei nein wieso ist da wer ne aber der ist da doof obwohl der geht sogar noch wo ist der denn hier oben da oben naja also der ist da so klar ja ich habe gedacht der wäre hier oben drauf dass man von da hinten das sehen kann dass da hatte ich Angst vor das würde ich jetzt ein bisschen vermeiden missione de la speciale ja wohl brauchen wir noch nicht noch nicht so ist auf unserer hälfte der map ich verlasse mich im nahkampf nicht auf dich ich habe nur angetippt aber er hat von oben geschlagen das war seltsam ich bin kampfachs main normalerweise nur antippen und dann roundhouse schnitt wo müssen wir denn hin der ist aber im ja konstruktion das ist gefährlich hey du lootest du sollst zu einem arzt roundhouse so wo müssen wir denn hin wo wo viel weiter hätte es jetzt nicht sein können irgendwie ei zeichnen aber tatsächlich weiß ich nicht was das mit dem 500 zeichen limit gemeint war dass du nur fünf also eine nachricht bei twitch eine chat nachricht darf nur 500 dings haben zeichen haben das ist richtig aber wollte er eine 500 zeilen lange nachricht gerade in diesen chat schreiben gehe ich von aus aber warum hat er dann nicht zweimal hundert dieser satz ich will den gar nicht beenden fünfmal hundertsatz zeichen genommen ja warum sollte er vielleicht ja wenn da einmal 400 und einmal keine ahnung ja ich kenne ja das zeichen limit nicht nein du hast 500 in einer nachricht weißt du ist wie beim wie früher wenn du sms geschrieben hast da hast du nur 300 zeichen danach ist nur neue sms ja ja gut es ist eine sehr warum gehen wir jetzt eigentlich richtung solters weil da schüsse sind die wollen jetzt hier rechts rüber ich dachte wir töten die jetzt kurz der ist ja ganz hinten also das sind hier die sind hier gespawnt wahrscheinlich das sind noch schweinekämpfe was sind das schweinekämpfe ja weil da schweine äh schweinefarben sind oder schweinekämpfe log war ich mein doch das klingt so super weit weg hm dachte ich mir auch als ob er ganz hinten wär so vielleicht farm es ist auch nur einer von den schüssen her vielleicht farmt der oder so könnte sein willst du das? das war ich ja hm ich hab jetzt geguckt dass ich ihn bei der brücke abfange maybe aber wenn er farmt wieso farmt der dann laut wird wie gesagt vielleicht farmt der xp für die für eine waffe für eine waffe ja ob dich? ne das ist jetzt gleich ja ne das war jetzt nur Winnie hm ich bin bei der brücke ich bin bei der brücke und dann ist er auf dem innenhof gewesen oder draußen noch? innenhof ok ok soll ich zirke jetzt zurück zur schweine farm das war sie aber auf der spawn seite ich bin gerade in dem neben also in dem komischen hütte ja 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 ich höre ihn und sehe ihn nicht primär höre ich ihn nicht gehen wir mal auf den meter ran also hier kann es nicht gewesen sein, hier ist ein emulator hm da ist einer am futtern hm hm Scheuntüren sind zu wo kann der denn gewesen sein? du meinst Meistfeld? ah jetzt sind die Scheuntüren offen ich glaube er ist irgendwo hier bei mir oder ich habe mich gerade verguckt meinst du eher Maisfeld oder eher Kornfeld? äh ich meine jetzt gerade die Scheune hier hinten ne? beim spawn ja ja er ist hier bei mir ist bei dir? ja oh ja doch ich bin nicht sicher ob er mich gesehen hat das war innen drinnen wir schießen aufeinander hier hinten auf der Straße was der andere ist tot der andere ist tot der andere ist tot das lagern das lagern wir die Tür doch zu ich bin im innenhof ok war bei der Leiter ja? bei der Jalla Leiter ja wir haben überlegen mich rein hier das Haus im Säbe draußen Matsch mit der anderen Seite mit der andere Seite hit danke ungewiss hast du ihn ja? ich habe ihn ja aber ich glaube hier ist noch einer irgendwo könnte sein er hat nach oben reingeschossen ich werfe da mal eine Spitte rein den Immortelsauer gemacht hier bei mir hat sich was bewegt? nö ich copy den soll ich stürmen? ich bin irgendwie verwirrt in erster Linie was hier passiert es liegt hier auf jeden Fall einer auf der Straße du hast einen gekehlt das sind nicht dieselben nö der Zombie hat sich beruhigt bin ich copy die 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 oben ist keiner ich weiß nicht ob unten noch oben ist aber wie nicht das Ding ist ich glaube halt der eine war alleine keine nur Prediction ok tun wir mal kurz Deckung ich loot den ja kurz und dann fackeln wir den ich mach kurz Deckung mach doch mal ja und dann können wir den hier killen äh abfackeln der hat eine ja dann lass mich den aber auch noch looten officer ja da ist ein officer achso die Dings ja äh die Karabiner äh ready ja das ist das ist das ist eine Lampe von da drin du musst ach schmutz gucken ob sich jetzt einer bewegt ich steige solo gewesen sind ja aber er hat hier halt noch dick geschossen hast du dein Säbel ausgetauscht gegen die Double oder das ne ne weil ich nicht ein Säbel achso das war nicht der den ich erschossen hab achso den ich erschossen hab der liegt da links ums Eck da bei dir jetzt wie guck mal da ist noch das könnte auch der Emulator gewesen sein links ums Eck ne hier alter ah da ist er ja weil der hatte da hat's grad drum das hast du mitgekriegt ne ja ja das könnte der Emulator gewesen sein genau was anderes gewesen sein trug der Emulator hat ein Fass angezündet aber wieso sollte da jemand was anfackeln keine Ahnung ich würd sagen ich würd sagen wir gehen einfach was der hier als also als Mainwerfer hatte ja hab ich auch nicht gesehen doch hier Wind fehlt Wände der hatte ne Wetter D ne äh ne Wind fehlt ne ja ich hab noch 6 Schuss also 7 7 Schuss ich auch 8 8 8 8 ja hab ich auch kurz überlegt na oh shit krieg ich den dann hab ich ihm auch Zeit gelassen beim Aim also wüsste ja dass er nicht weiß wo ich bin ich hab einmal ich hab einmal aus Schreck gegen den den Zaun vor mir geschossen weil der plötzlich dann irgendwas geschossen hat ich ich war so voll drauf und dann schießt der plötzlich ich dachte der schießt auf mich hab dann voll verzogen ne ich bin mir fast sicher dass er der wusste dass da noch einer ist dachte ich oder er hat es vermutet Schaut vor mir mhm Long Range Schuss aus der aus Windy also das war ja close close vor uns ich glaube hier hinter dem Berg müsste er sein sie kommen äh SW irgendwo da oh scheiße ich sehe einen genau SW in der Scheune am Fenster war der weiß nicht der hat mich bestimmt gesehen in der großen Scheune? ne in der kleinen die hier an der Seite ist hier ist die Leiche mhm sie kommen machen sie sich auf Double Hit beim Looten bereit bitte ich will was ich glaube der hat mich gesehen kann sein nicht bewegen pssst oh die Cam hat keinen Bock mehr ist hier einer in dem Turm drin ist hier einer in dem Turm drin von rechts ne ne läuft läuft es im Blut Hit danke noch einer waren zwei waren zwei ja hier vor mir auf der anderen Seite vom Berg ein Hit komme habe ich ne habe ich oder du bin nun schließlich noch einer keine Ahnung was auch immer er geschmissen hatte da vorne das war Silent hast du nicht eine Flash geschmissen? danach hier ist er noch explodiert vorher prinzipiell müsste noch einer leben ja und ich hatte kurz gedacht hier einer ich hätte einen auf Holz gehört dann könnte der hier oben im Turm sein ist hier ein Turm? ach ne da hinten ist ein Turm Alter habe ich mich erschreckt Entschuldigung na gut den hier wenden wir auf jeden Fall gleich ab oh Sniper ja ich würde es mir ja nehmen aber dann kriege ich wieder Ärger naja warten sie mal bitte das Schrei wenn irgendwas kommt aha vielleicht kommen die von hinten wenn da noch einer lebte andere Seite Andererseits haben wir jetzt ja einen der Solo war hier ne zwei die Solo waren dann jetzt Aua ich sag's dir wie es ist ne? Entschuldigung ich sag's dir wie es ist wenn wir jetzt hier Explosive Crossbow Server Vibe machen und du das nicht als Aufnahmen hast dann bin ich sauer was soll ich dazu sagen jetzt war aber die Cam nicht die ganze Zeit an und das ist so mir ist doch scheißegal das wird trotzdem hochgeladen ich schuhe mal was und fackeln und fackel den einzelnen nach ich habe zwei Höhlenfeuer die will ich jetzt irgendwie nicht benutzen ok ich loot hier erstmal nur was hatte der denn? Kettenrevolver aber wie in aller Welt haben die den gekillt wenn der hier stand so hat er ihn unglücklich gesehen mit dem Aimbot oder so so also wir haben da hinten drei Leichen und hier ist einer Solo hier haben wir auch drei Leichen macht sich das leicht das ist richtig wieso in aller Welt war der eine der Meinung dass da noch jemand ist? ja weil er ja nur einen erschossen hat da pushen wir dann und wieso hat der Snipertyp nicht versucht da hinten zu helfen wenn der dazugehört ich glaube halt nicht dass er dazugehört hat ich sag das sind zwei Solos also Moment wir haben den hier achso und den Looter den muss ich noch looten wer als erstes gekommen ist aber das war richtig lucky den werden wir auf volle Kanne reingebrannt den hier ja Sniper also ich wäre ja ich wäre weiter gelaufen auf jeden Fall ja vor allem gelaufen vor allem das ist ja das da wie Bounty da wie Bounty und eine abgeschnittene Mosin haben wir hier noch die haben halt eine ganze aber den einen haben wir fast gleich bombardiert das ist ja lustig auf jeden Fall ich bin echt unschlüssig ey ich geh nochmal zurück also die beiden gehören auf jeden Fall zusammen ich geh nochmal Leichen checken da hinten die Meister mhm ja bei dem der Solo sein sollte den haben wir abgefackelt das ist richtig mal gucken ob der noch da ist geh mal bleib hier ich hier was tut auf der Straße ist noch da ich geh davon aus dass der hier den retten wollte bevor ich ihn angeschossen habe ja sind alle drei da Solo-Spieler machen das ganze Konzept kaputt hier es sind auf jeden Fall sechs Tote mhm bleibt noch eins warst du noch mhm ah ich hab Silence ausholen genommen und nicht Tiergesicht da war ich jetzt irgendwie gerade sehr sicher mein Fehler ich switch mal auf die Labelle mit der Bornheim toll und jetzt kann ich keinen mehr töten ja ich hab noch zwei Schuss gehabt du kannst aber die zwei Schuss aus meiner Knarre noch rausnehmen wenn du willst aus meinem Crossbow ich hab noch fünf Wochen hast du so gespampt was ist da los? ja ich hab ja den einen hier alleine mit zwei dünner? nö nö da hab ich aber auch mit drauf geschossen also später dann ja aber nicht mit dem Crossbow ich wollte ja eigentlich mein großes Dynamit Bundle über den Berg schmeißen aha Moment was? ist das nur das Feuer ausgegangen? nö oder hat hier einer geheilt? nö nö guck mal hier ist eine Bombenlanze was ist denn das? wo ist denn der Ausgang? ich bin am überlegen ob ich die Bombenlanze für den Boss mitnehme für die Spinne nö willst du die die AppaCut mitnehmen? was hab ich denn? ich hab ne Axt nö 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 nehm ich die mit nö 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 der 30 minuten die so wie klein ich kann den badmänner ich möchte dass du den effekt ich töte den gerade drei fucking pfeile ja also ich hätte mit der bombenlanz einfach gehen können ja richtig ist ich ging von dem identischen sprengen ich bin der stunde 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 das war komm herr spiel ist so amputt pot 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 ich höre dich sie blutet noch da Komm da runter! Komm da runter, habe ich gesagt! Oh, oh, nein! Au! Was hat denn das fast getan? Ich will mir meine Lebelle mal wieder Maybe könnte ich jetzt... Ach nee, die Uppercut hast du auch, ja? Aber du kannst es auch haben, wenn du möchtest. Jetzt wünsche ich darauf, die Bornheim, die da noch lag Wo lag sogar Double Bornheim, ne? Nö Doch, doch, eine hatte Double Bornheim Ich weiß nur nicht mehr wer Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher Aber hier Man kann mit der Dings nicht mehr anvisieren Mit der Bombenlanze Was heißt anvisieren? Ja, du konntest doch Also normal rechtsklick Und dann wie im Scope nochmal mit Shift Das sind so... Ja, konntest du mal, ja? Wüsste nicht, dass ich das hier gemacht habe Hast du mit dem Ding auch nie was getroffen Was willst du jetzt haben, willst du die... Ach, ich guck hier grad nochmal so durch Irgendwer hatte hier Double... Hier siehst du hier ist... Oh, warte, Moment... Abel Bornheim Kapazität Ja... Und dann gönn dir Habe ich Quartiermeiße? Ja... Gegen der Axt Was stimmt... Boah, da will Bornheim... Da seh ich mich aber Ist halt die Frage, ob du dir... Obwohl die Drum nimmst du sowieso nicht, die Skate, ne? Was ist denn der Drum? Naja, die Mosin Drum Die mit der... mit der Trommel Ach so, die... Ja, sie ist nicht schlecht Ja, die... Die schwankt zu viel Mein, mein... Sie ist... Prinzipiell könntest du noch den... 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 Den Bornheim für die... Für den Crossbow mitnehmen Oder halt den... Das ist ja eine normale Monne Ja, die kostet trotzdem mehr als der Crossbow Was ist denn so? Ach, die wurde ja teuer Die kostet... Ich glaub so viel wie die Uppercut 280... Ich glaub der Crossbow kostet nur 130 Das ist... Aufgewertet Also das hätte ich dir natürlich auch die... Die Apparaten noch überlassen würde... Die... Hättest haben wollen Aber die ist schön Guck mal... Obwohl die auf dem Boden lag... Find ich... Sieht immer noch gut aus... Ein bisschen dreckig... Kann man machen... Ich finde das genau geil... Ich finde den so... Also... Die meisten finden den... 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 Ich mag die schwarz-rot-weiß-Kombi Oder generell schwarz-rot Das wird eine schöne Kombi... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich will dich nur noch mal dran erinnern... Dass jemand meinte... Äh... Explosive Crossbow ist kacke Das ist ja auch... Serverwipe Junge... Serverwipe Äh... Wir hatten Lucky Winkel... Wir beide... Also... Dass... Dass die den da abgeknallt haben... Das war aber auch... Der hat da... Das war alles... Geh... Nein... Ich hätte... Ich hätte gedacht... Die haben hier gefightet... Ja... Du weißt das... Sorry... Ich hatte gedacht... Dass sie hier gesch... Geschossen hätten... Auf dem Hof... Und nicht da... Weil... Ja... Da musst du mir überlegen... Das... Die waren in der Scheune und... Und im Wald... Ja... Weil wir da hinten geschossen haben... Irgendwie Lucky den Sniper gespottet... Aber dass der die da nicht gesehen hat... Das ist schon... Wie gesagt... Ich bin ja nur... Die haben ja da gefightet... So ist safe... Äh... Die haben... Die haben ja da... Wo ist denn der dritte Ausgang? Ach... Am Süden... Ähm... Ich vermute mal... Er hat's versucht... Keine Ahnung... Ne... Ist nix hier... War nix... Hast du den Erfolg eigentlich schon? Mit... Piano... Und... Äh... Und... Grammophon? Musst du beides gleichzeitig anhaben, oder? Ja... Okay... Nö... Tatsächlich nicht... Äh... So... Dann... Dann trellert die Alte... Und... Einer spielt am Piano... Ich vermute mal... Das ist... Keine Ahnung... Aber es gibt halt nen Erfolg... Irgendwie Musiktalent oder so... Hm... Ich... Ich vermute mal... Das ist der Sinn dahinter... Sie trellert... Und einer begleitet sie am Piano... Aber ist trotzdem gruselig heute, ne? Wir sind nur ein... Also haben nur eine Runde verloren... Wer war... Das... Auch nur knapp jetzt... Also das ist... Unlucky... Sagen wir es mal so... Dass ich da gehetshottet wurde... Von der... Double Silence... Ja... Das... Wie gesagt... Der hat... One Click... Das ist... Aber schön... Äh... What? Ah... Noch ne Ecke... Bissin Boot... Ne... Was für ein Kutscher da hinten... Wusstest gar nicht, dass da ein Ausgang ist... Hm... Aber das fährt auch... Jaja... Kenne ich nicht den Ausgang... Hatte ich noch nie... Immer da oben am Zaun... Bis dato... Ein Double Bornheim ist aber auch eigentlich... Was hattet ihr denn noch dabei? Was hast du? Was sie noch dabei hatte... Na die Drum... Achso... Das ist natürlich echt teuer... Jo... Boah... Double Bornheim war... Auch schon 600... Über 600... Ja... Plus Drum... Tausende reingebuttert... Mhm... Die Drum kostet nicht so viel... Na... Sag mal nix... Abgeschnittene Mosin... Die ist glaube ich gar nicht so billig... 200 oder so... Naja... Plus Equipment... Bist du trotzdem locker über 1000... Ne... Quatsch... Ist doch mit den Waffen... Ja... Ne... Bisschen... Explosive... Ja... Ja... Das ist schon eine Hausnummer... Schön... Cha-ching... Was hat sie ihm gebracht? Nischt... Nischt... Dabei Crossbow... Crossbow Action... Lucky... Lucky dass der dich nicht gesehen hat... Warum... Meinst du... Die wussten dass wir da sind? Also ich sag der... Der im Turm... Also der da... Aus dem Fenster... Der hätte mich ja echt gesehen... Der hätte mich genau angeguckt... Aber warum hätten sie dann pushen sollen? Die haben die ganze Zeit nicht gepusht... Ja... Keine Ahnung... Äh... Jetzt haben die gedacht... Die haben... Den einen vielleicht wieder aufgehoben... Oder so... Oder... Keine Ahnung... Ja... Der eine lag ja auf der Straße... Und der andere haben sie gekillt... Also es würde mich... Wundern... Ich hab halt gedacht... Die haben dann gepusht... Weil sie dachten... Das ist jetzt... Die haben jetzt den Sniper gekillt... Und das ist nur noch... Sein Kollege da... Puschen können... Aber da der andere da ja auch tot lag... Ich sag... Der muss mich gesehen haben... Sonst wäre der straight zu der Leiche gegangen... Der eine war ja bei der Leiche... Der ist doch an der Leiche vorbeigegangen... Der ist doch sonst gelootet... Ah... Schwierig zu sagen... Ah... Ah... Dabei... Ah... Dabei Crossball ist schon böse... Wenn du triffst... Wenn du grob in die Nähe triffst... Ja... Ah... Belastend... Oh... Dann müssen wir jetzt wieder tasten... Hast du eigentlich einen kill gemacht... Oder hab ich die alle? Oh... Was soll ich dazu sagen... Soll ich dazu sagen...